So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Heute, wenn ihr das auch mal vielleicht per YouTube sehen wollt, wenn ihr gerade das noch hört, dann würde sich das ganz besonders lohnen, denn heute werdet ihr sehen, dass ich sozusagen mir Verstärkung geholt habe und zwar zwei wunderbare Personen. Einmal Nicole und einmal Philipp. Wer die beiden sind, werden sie gleich nachher selbst erzählen. So viel vorab. Es geht heute um den Traumberuf Coach. Coaching ist für mich wirklich ein Traumberuf und wir werden in der Folge darauf kommen, warum das so ist, warum es vielleicht auch für Nicole und für Philipp so sein wird oder sein könnte oder vielleicht in der Vorstellung ja schon ist und warum es womöglich auch gerade in der aktuellen Zeit ganz besonders Sinn macht, diesen Beruf als Beruf wirklich zu wählen und sich auf den Weg zu machen, ein Coach werden zu können. Das heißt, wir sprechen heute auch so ein bisschen über einen Weg, über womöglich auch deinen Weg, den du in diesen Beruf des Coaches oder der Coaching-Branche gehen kannst. Denn die beiden sind einen langen Weg jetzt mit mir auch gegangen. Also gefühlt war es zwar ein ganz kurzer Weg, weil manchmal, wenn die Zeit so schön ist, dann vergeht das so wie im Flug. Aber Philipp und Nicole sind Teil meiner Coaching-Ausbildung. Wir sind so in den letzten Zügen. Sie sind so im ersten Durchgang damals gestartet. Wann war das? 2020. Und jetzt im März ist sozusagen der Ausbildungszyklus zu Ende. Und ich habe mir heute einfach mal Verstärkung geholt, um mal von zwei Menschen selber auch zu hören, wie so der ganze Prozess war, was sich da so entwickelt hat, wo sie jetzt da stehen. Und vielleicht ja auch für dich interessant, was die jetzt so machen. Weil eins kann ich sagen, nicht nur durch die Coach-Ausbildung, sondern einfach auch durch die Persönlichkeit, die die beiden mitbringen, kommen da zwei fantastische neue Menschen in die Coaching-Welt, die mit Sicherheit sehr vielen Menschen helfen werden. Repräsentativ für viele andere, die hier natürlich auch in unserer Coach-Ausbildung sind und einfach großartige Menschen sind. Und ich glaube, um das geht es ja im Coaching. Also wenn du Menschen magst, dann bist du in diesem Beruf auf alle Fälle richtig. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr zwei. Erstmal, weil ich euch so gern mag. Herzlich willkommen hier im Upgrade Your Life Podcast. Nicole und Philipp, schön, dass ihr da seid und heute ein bisschen eure Erfahrungen mit uns allen teilt. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, Steffen, dass wir da sein dürfen. Es ist echt eine Ehre und wir berichten sehr, sehr gerne. Und du hast es so gut ausgedrückt. Mir kommt es nämlich gar nicht so lange vor. Ich habe das Gefühl, es war erst gestern, als wir uns da entschieden haben, weil es eben so kurzweilig war. Aber natürlich war es ein Riesenprozess, den ich einfach an meiner Persönlichkeit merke. Und von daher können wir da bestimmt was erzählen gleich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön. Philipp. Ja, großartig fand ich es eben auch. Für mich war es eine Herzensentscheidung, das hier zu machen und vor allen Dingen mit all diesen großartigen Menschen in dieser Ausbildung diesen Weg zu gehen. Und ich begrüße auch erstmal alle Zuhörer mit einem herzlich willkommen. Und seid gespannt auf das, was jetzt kommt. Es wird großartig werden. Ja, auf alle Fälle. Wenn ich das so sage, so Traumberuf-Coach, wie ist das für euch? Also warum habt ihr euch denn entschieden, jetzt mal unabhängig von der Ausbildung, man entscheidet sich ja erstmal nicht unbedingt für eine Ausbildung, sondern man entscheidet sich ja für einen Weg oder für einen Berufswunsch oder vielleicht auch für ein Thema. Warum habt ihr euch denn entschieden, euch überhaupt mit dem Thema Coaching, auch in einer beruflichen, ernsthaften Tätigkeit, überhaupt damit zu beschäftigen? Ich weiß nicht, Nicole, magst du anfangen? Ja, gerne. Also ich komme ja ursprünglich, also ich mache jetzt seit 15 Jahren Kommunikationstrainings und ja, auch im Bereich Konflikte, viele Weiterbildungen, Workshops. Und ja, so in den Pausen oder auch nach meinen Seminaren kamen oft die Teilnehmer und wir sind irgendwie so ganz, ganz schnell in die Tiefe gekommen. Ja, ich habe da wahrscheinlich sauernd schon gecoacht, ohne es so zu wissen. Und dann habe ich da immer mehr gemacht auch. Also ich würde dann wirklich auch schon so für das eine oder andere Coaching gebucht, aber mir hat die Tiefe und die Tools haben mir wirklich gefehlt. Und da dachte ich mir, dass ich den Menschen wirklich weiterhelfen kann. Da braucht es einfach noch mehr. Also in mir, an mir, weil da habe ich einfach gewusst, da ist der Bogen noch nicht rund. Ja, das hat sich für mich noch nicht rund angefühlt. Ich war sicher gut im Training, aber Coaching ist ja ganz was anderes. Da kommen wir ja sicher noch drauf. Und da habe ich einfach für mich gespürt, da will ich mehr. Und das war mein Antrieb. Ich will die Menschen entwickeln sehen. Ich will sie wachsen sehen. Und ich will weg von der Beratung hin zum Coaching. Ich will sie begleiten zu ihrem Potenzial. Ja, das ist auch schon mal eine gute Aussage. Ein guter Trainer ist nicht automatisch ein guter Coach. Das heißt, ein Trainer ist ja oft auch ein Fachexperte oder auch ein methodischer Experte in irgendeinem Bereich. Das heißt noch lange nicht, dass man Menschen gut coachen kann. Auf die Unterschiede können wir nachher vielleicht mal kurz eingehen. Aber Philipp, sag du erst mal, wie ist es bei dir eigentlich dazu gekommen? Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung ursprünglich mal, ne? Ja, ganz ursprünglich. Ich bin nicht Schreiner, bin Betriebswirt und habe Architektur studiert. Und leite eine Firma, das seht ihr hier, das ist Hoki. Und ich habe gemerkt, dass eben um unser Produkt drumherum den Menschen einfach was fehlt. Es fehlt an dem Bewusstsein. Und da ich irgendwann die Firma aufgebaut hatte und du machst alles im Außen richtig, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du merkst, da fehlt noch was und dann musst du nach innen blicken. Und dann hat meine persönliche Reise begonnen und die hat mit dir begonnen, dass ich angefangen habe, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und dann sprichst du natürlich in deinem Umfeld davon. Und dann teilst du das mit Freunden, Bekannten erst mal in dem kleinen Kreis. Und die merken, dass sie ebenfalls davon profitieren können. Und dann habe ich begonnen, andere zu unterstützen. Erst mal zu beraten und sie quasi hin zum Positiven zu bewegen, was, wie wir jetzt gelernt haben, nicht der richtige Weg ist, weil den Weg dürfen sie ja selber gehen. Und wie gesagt, ich habe es intuitiv getan. Nur irgendwann kam ich auch, genau wie Nicole, an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, mir fehlt jetzt irgendwie das rechte Werkzeug. Das ist wie, wenn du etwas nicht richtig gelernt hast, sondern aus dem Bauch raus tust. Also die Empathie ist vorhanden. Und das habe ich auch schon immer getan, unter Menschen auch vermittelt und mit Menschengruppen aufgebaut. Und ich wollte das einfach professionell lernen. Und dann war es eben so, ich habe Coaches in meinem Umfeld, natürlich auch in dem Umfeld der Persönlichkeitsentwicklung. Dann fängst du an zu fragen, ja, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und du, und dann kriegst du Webseiten genannt, dann guckst du dir das an. Ja, und irgendwie war ich nicht zufrieden damit. Vor allen Dingen kannte ich die Menschen, die dahinter stehen, ja gar nicht. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allen Dingen auch, wie erfolgreich sind diese Menschen? Es gibt, wie ich mittlerweile weiß, Menschen, die bieten turnusmäßig nur Ausbildungen an. Die coachen gar nicht mehr wirklich selbst, weil sie nur noch Ausbildungen machen. Und das war eben ein Ding bei dir, als ich das zufällig auf meiner Suche per Newsletter erhalten habe, dass du ein Webinar veranstaltest. Im Oktober 2020 sagte ich, das muss ich mir natürlich ankommen. Wie es oft so ist, es kommt dann alles zur rechten Zeit. Ich saß in dem Webinar und ich war begeistert. Du saßt mit der Susanne, deinem wunderbaren Headcoach, da mit drin, die dich ja unterstützt bei der Ausbildung. Und das hat mich von vornherein überzeugt. Ihr hattet mich schon geistig. Und dann ging es bei mir nur noch um die Investitionen. Und da habe ich mir dann meinen Preisanker gesetzt im Kopf. Und ja, das hat gepasst. Es war sogar günstiger. Und dann sagte mein Bauch, ihr macht's, mein Herz sagte, macht's. Und ja, letztendlich überzeugt hat mich dann auch Susanne in einem letzten Telefongespräch, als sie auf Sizilien wanderte. Und dann sagte ich, ja, ich muss das machen, das ist meins. Und es ist eine der drei Entscheidungen 2020, die wirklich sehr, sehr wichtig und lebensverändernd für mich waren. Und ich mache es mit Freude. Toll, also tolles Intro. Wenn wir von dem Beruf Coach sprechen, der ein oder andere, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man dann so mit Leuten spricht. Manche Leute kommen ja auf einen zu und sagen, ist Coach überhaupt ein Beruf? Also, weil es ist ja tatsächlich auch, die Leute haben ja ein bisschen einen Punkt, weil die ja sagen, naja, heutzutage nennt sich ja jeder Coach. Also tatsächlich ist es ja so, dass der Coach an sich als Tätigkeit nicht geschützt ist. Also zumindest mal die Bezeichnung, zumindest in Deutschland, ist nicht geschützt. Und deswegen ist vielleicht auch an euch jetzt mal die Frage, was glaubt ihr denn, jetzt auch aus der Erfahrung der Ausbildung und ihr seid ja auch schon aktiv im Coaching, das ist ja auch was, was wir eigentlich sehr forcieren. Das habt ihr auch gemerkt, dass wir in der Coach-Ausbildung eigentlich die Leute dazu bringen, dass sie nicht warten, bis sie fertig sind und dann mal zum Coaching anfangen sind, und dass wir eigentlich euch dazu bringen wollen, dass ihr schon anfangt damit. Das heißt, ihr habt auch schon praktische Erfahrungen, habt viel Wissen jetzt auch bekommen, viele Tools, viele Methoden. Aber was braucht es denn eigentlich, um als Coach erfolgreich zu sein? Oder was braucht es zu dem Beruf des Coaches? Was wäre das so euer Gefühl? Philipp, vielleicht magst du jetzt anfangen. Erstmal würde ich sagen, so ein Einfühlungsvermögen. Du musst Menschen mögen. Wenn du Menschen nicht magst, dann hat es keinen Sinn, Coach zu werden, weil du hast eben unmittelbar, ob du eins zu eins oder in Gruppen mit Menschen zu tun, mit deren Problemen, das geht manchmal eben auch ganz, ganz tief. Und wenn du da kein Connect hast, keine Empathie zeigen kannst, dich damit nicht verbinden kannst, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich. Weil so wie es eben oft gerade im Internet, wir sehen es auf Facebook, allen Halben wieder werden wir angebrüllt, werde Coach, mach dieses, mach jenes. Dann kaufst du einen Online-Kurs. Das ist hier ja gerade was anderes, ist ja eben eine richtige Ausbildung. Vor allen Dingen 18 Monate, als ich das dann erzählt habe, haben viele Kollegen und Bekannte gesagt, warst du lange? Krass. Das ist schneller. Ja, ja, wieso geht denn das nicht schneller? Das kann man doch in drei Wochenenden machen. Dann sagte ich, na ja, gut, das könnt ihr. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich es eben richtig lernen wollte. Und ich bin so der ganz oder gar nicht Typ. Und für mich war es eben das absolut Richtige. Und ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist eben dieses Einfühlen können. Und wenn du das kannst, dich einfühlen, dann bist du schon mal richtig. Und da bist du vor allen Dingen auch bei den beiden Ausbildern ganz, ganz richtig. Weil das sind zwei wunderbare Herzensmenschen. Und die, die mitmachen in unserer Ausbildung, sind auch alles Herzensmenschen. Das ergibt sich alles so wunderbar. Und du wirst es lieben. Ja, genau. Also Coaching ist Herzarbeit. Das kann man wirklich so auf den Punkt bringen. Nicole, was würdest du sagen, was braucht es für einen Beruf? Wenn jemand jetzt sagt, der sich hier vielleicht mit dieser Frage schon länger beschäftigt, so soll ich, soll ich nicht, ist das das Richtige für mich? Was würdest du sagen? Was ist notwendig dafür, dass man das auch beruflich machen kann? Ich fand deine Worte vorher auch noch gut, weil so, wie wird der anerkannt, der Beruf des Coaches von der Umgebung. Ich weiß noch, als ich das in meinem Umfeld erzählt habe, habe ich ganz, ganz viel Bestärkung bekommen. Also wirklich auch von ganz wichtigen Leuten, die gesagt haben, wow, super. Und dann auch bei Steffen Kirchner, das werde ich nie vergessen, als sie gesagt haben, wow, bietet der jetzt eine Ausbildung an dazu. Und dann war das der Punkt, aber eine hat zum Beispiel wirklich zu mir gesagt, das werde ich auch nie vergessen. Wie? Coaching-Ausbildung machst du jetzt auch noch? Du bist doch schon Coach. Und klar bin ich Coach, aber es war wirklich so, ja. Und die hat mich dann so, da habe ich gesagt, ja klar, aber ich kann doch viel besser werden. Und da will ich jetzt vielleicht mal was dazu sagen, was den Coach nämlich ausmacht. Also klar bin ich voll bei Philipp, ja, Empathie und mit, also die Menschen an sich muss ich mögen. Ich glaube auch, ich habe früher privat gecoacht irgendwo, ja, weil jetzt bin ich nämlich bei einer Fähigkeit und zwar ist es zuhören können. Also ich brauche einfach diese Gabe nicht, mich zu bewerten, sondern zu beobachten. Also mich frei zu machen von irgendwelchen Bewertungen, dann glaube ich, bin ich auch ein guter Coach. Und dazu braucht es aber ein Stück weit Abgrenzung. Also wenn ich mich vermische, ja, das war eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe, Abgrenzung. Also, weil natürlich kommen viele, selbst der Resonanz und so, ich will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber dann kommen natürlich viele, mit denen du dich auch identifizieren kannst. Also so geht es mir auch, klar, bei den Frauen, die Veränderung wollen und so. Und dann denke ich mir, naja, das habe ich früher eben nicht so gut gekonnt, da wirklich nicht abzugrenzen, rein in der Beobachtung zu bleiben. Und dann kannst du ihnen nämlich auch eine gute Begleitung sein. Also so wie du uns ja immer so schön gesagt hast, steig ein in die Kutsche des Coaches und komm mit und du sagst, wo es hingeht und vor allem in welcher Geschwindigkeit es auch funktionieren kann. Ja, weil das Tempo, du siehst dich ja schon ganz oft in der Lösung, aber darauf kommt es überhaupt nicht an, was ich sehe, sondern es geht ja darum, wo der Coach hin will. Der hat ja vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Und für mich ist es schon eben auch dieses Zuhören können, Abgrenzen und dann in der Klarheit sein. Und da will ich auch nochmal sagen, diese Kombination von dir und der Susanne Heitz, von Klarheit, Struktur und auf der anderen Seite Herzenswärme und Empathie ist für mich einzigartig auf dem Markt. Weil ich habe dich auf der Bühne erleben dürfen, was sowieso ein Highlight ist. Und ich habe dich ja darüber kennengelernt, über deine Vorträge, über deine Seminare und natürlich begleitend über Podcasts. Aber ich habe einfach gewusst, solltest du jemals eine Ausbildung für Coaching anbieten, dann bin ich dabei. Und ich weiß noch, als Deutschland in der Schockstarre war, bist du mit einem einzigartigen Format auf den Markt gegangen 2020, nämlich der Gesundheitsoffensive. Und bis dann sind wir sozusagen in den Live-Club integriert worden, der ja jetzt eine Magie von unglaublich tollen Leuten darstellt. Ein Format, was es auch so meiner Meinung nach nicht gibt, weil wir werden von dir gecoacht, ja. Aber wir sind eine Gemeinschaft von unglaublich tollen Leuten. Wir treffen uns online und offline. Wir haben ganz tolle Dinge, wo wir auch Live-Coachings von dir erleben dürfen. Und im Live-Club hast du die Coaching-Ausbildung gepitcht. Und deshalb bin ich überhaupt zu dem Webinar gekommen von dir und der Susanne. Und dann war es sowieso, in der Nacht habe ich mich noch beworben, weil bei dir darf man sich nämlich bewerben. Und bin dann in einer Gruppe gelandet von unglaublich lieben Menschen. Und wenn man das jetzt so sieht, also es erfüllt einem mit so viel Dankbarkeit und mit so viel Herzenswärme, diese Leute einfach in der Gemeinsamkeit wachsen zu sehen. Also das ist halt toll. Und ich glaube, ein Coach darf sich auch unglaublich freuen an der Entwicklung seines Coaches. Also das ist einfach für mich, wenn ich einfach sehe, wie mir jemand dann eine kurze WhatsApp schreibt, weil er irgendwas jetzt geschafft hat. Also für mich ist immer schon beteilte Freude die schönste Freude. Und dann freue ich mich halt einfach mit. Ja, genau. Jetzt hast du es auf den Punkt gebracht, warum es für mich eben ein Traumberuf ist, das Coaching. Weil jeder kennt das ja so aus dem Privatleben. Also es gibt ja kaum eine schönere Erfahrung, als wenn du jemandem helfen kannst. Und wenn da die Person dann um den Hals fällt oder einfach eben, wie du sagst, eine WhatsApp schreibt und dann sagt mir danke und das hat mir wirklich geholfen. Oder manchmal auch noch Monate und Jahre später, da hast du mir damals was gesagt. Und das gibt einem ja gleich so Energie. Und wenn du dieses gute Gefühl jetzt zu deinem Beruf machen kannst. Der Gedanke war für mich damals wirklich, also mindblowing würde man heutzutage sagen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Das ist ja das Schönste, was ich mir als Mensch sowieso vorstellen kann. Und das ein oder andere Mal hat man das vielleicht einfach schon zufällig im Freundes- oder im Familienkreis ja auch mal hingekriegt. Und wenn ich mir das auch noch vorstelle, damit kann ich auch noch Geld verdienen. Und das jeden Tag machen mit vielen Menschen, das ist natürlich Wahnsinn. Jetzt hast du aber, Nicole, auch schon vorhin gerade im Punkt gesagt, bei uns muss man sich bewerben tatsächlich. Und das ist bei uns nicht so dahingesagt, sondern wir telefonieren tatsächlich auch mit den Bewerbern, weil wir sind ein bisschen Nischenanbieter. Es gibt Leute im Markt und auch Coach-Ausbildungsanbieter unter anderem, die, sage ich jetzt mal, eher große Personen anzahlen, ausbilden oder zumindest mal zertifizieren. Und dann gibt es uns. Wir arbeiten nicht mit so riesigen Personenzahlen. Wir sind Nische sozusagen. Und unser Produkt ist auch kein Massenprodukt. Wie Philipp es vorhin auch gesagt hat, 18 Monate, das will nicht jeder. Das ist nicht für jeden was. Manche Leute wollen so Coach-to-go irgendwie. So schnell nebenbei auf drei, wie hast du gesagt, drei Wochen Endseminare oder auch auf drei Monate gibt es ja auch. Ich will das alles gar nicht verteufeln, weil jeder steigt zwar an seiner Stelle ein und so weiter, aber es ist halt bei uns ein anderes Produkt sozusagen. Und wir machen das deswegen ja auch, dass wir mit den Leuten telefonieren, weil wir auch wirklich wissen wollen, passt derjenige dazu? Also passt der auch zu uns? Und wir haben durchaus Gespräche mit Leuten, wo wir auch von unserer Seite aus sagen, du, ich glaube, das ist vielleicht nicht das Richtige oder momentan gerade nicht das Richtige für dich. Das heißt, du bist nicht dabei. Das heißt, wir wollen eigentlich so blinde Flecken, die die Leute oftmals haben, so ein bisschen im Vorfeld auch erkennen. Jetzt kann man das aber nicht immer 100 Prozent erkennen. Und deswegen wäre jetzt die nächste Frage so ein bisschen an euch. Hattet ihr mal so einen Moment in der Coach-Ausbildung, wo er selber gemerkt hat, oh, also da kommt jetzt ein Thema, da muss ich was machen oder muss ich was lernen? Oder da geht es jetzt um irgendwas, was offenbar Bestandteil der Ausbildung ist. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass ich das auch irgendwie können muss oder dass das auch wichtig ist. Oder dass du vielleicht gemerkt hast, da bin ich völlig blank. Da habe ich gar keine Ahnung davon. Also bei vielen Leuten ist es so, diese Marketing-Themen zum Beispiel, weil jeder weiß ja, Coaching braucht man ein paar Tools, ein paar Techniken, dann muss man ein bisschen reden, ein bisschen zuhören, dann passt es schon. Aber ich kann mich noch erinnern, gerade auch in eurer Gruppe, wir sind ja mittlerweile jetzt dann mit der dritten Gruppe sogar unterwegs, im März, April starten wir mit der dritten Gruppe. Ich kann mich erinnern, wie sehr viele gekämpft haben bei diesem Thema Positionierung. Wofür stehe ich? Was ist mein Thema? Was ist meine Zielgruppe? Wie kann ich meine Expertise in vier Sätzen sagen, so ungefähr? Gab es da für euch, unabhängig vom Marketing, gab es für euch da mal so einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh Gott, ich glaube, da bin ich ja wirklich bei null bisher? Ja, gab es definitiv. Also gerade bei den genannten Themen, ja Positionierung, Marketing, Sichtbarkeit, vor allem seine Leistung auf den Punkt zu formulieren und sich dann erstmal festzulegen. Weil es gibt ja diejenigen, die sagen, eine Positionierung darf ruhig breit sein, aber willst du denn alle in dein großes Netz reinholen und kannst sie am Ende gar nicht bedienen oder es passt dann am Ende gar nicht, dann führst du ja diese Erstgespräche, die wir eben auch bei dir gelernt haben, diese ganzen Strukturen. Das Schöne ist, du bietest ja in deiner Ausbildung wirklich von A bis Z alles an, also von Anfangsgespräch bis, sage ich mal, zumachen vom Sack, also bis zum Abschluss, inklusive dann noch on top und das fand ich die mega Überraschung, als du uns diese Mehrumsatz Masterclass noch zur Verfügung als Bonus gegeben hast oben rein. Das ist über 40 Videos, wo du wirklich dein Nähkästchen aufmachst und du bist eben wirklich auch jemand, der erfolgreich, sichtbar erfolgreich bist und eben nicht nur, dass du, was weiß ich was, so ein Account von deinem Handy, wo eine fünfstellige, sechsstellige Summe drauf ist, zeigt, so wie es manch einer macht, will dich auch nicht verteufeln. Jeder hat eben seine Kunden, aber bei dir ist es eben wirklich sichtbar und es ist ja immer auch echt und das merken wir. Und gerade bei dieser Positionierung, da merken wir, wir haben es irgendwann in unserer Gruppe mal gestoppt, weil wir eben auch gemerkt haben, es ist dynamisch. Eine Positionierung entwickelt sich und ich kann sagen, von uns sieben haben, glaube ich, bis auf zwei alle die Positionierung jetzt nach einem Jahr geändert und nochmal nachgeschärft, die letzte jetzt vor zwei Wochen und das ist einfach so spannend, vor allem dieses Wachstum der ganzen Mitstreiter mitzuerleben und du lernst ja mich kennen und ich habe mit der Nicole vorher nochmal gesprochen und da haben wir gesagt, oh, wir machen ja eigentlich ähnliche Sachen. Ja, wir machen zum Beispiel beide Coaching in der Natur und so hat man dann ruckzuck Überschneidungsmerkmale, wo du dich natürlich dann auch austauschen kannst. Ja, wir haben mittlerweile eigene Übungsgruppen, kleine und große und das ist eben, wir haben das, das habt ihr angestoßen, ihr macht quasi den Raum auf, aber wir haben auch die Möglichkeit eben selber was zu tun und das möchte ich dem Zuhörer vielleicht, der und der Zuhörerin auch noch zurufen. Ihr seid ja auch frei, selber diese Ausbildung mitzugestalten in eurem Rahmen und es kommt natürlich immer darauf an, du kriegst das raus, was du reingibst und von daher war das, also gerade diese Marketingthemen und ein ganz, ganz großes Thema, sichtbar werden. Die ganz große Angst, ja, jetzt hatten wir ja dann im Januar die vier Wochen Instagram Challenge oder Social Media Challenge, wo Steffen dann Ende des Jahres, wo man quasi so dahin schlummerte, sagte, so und jetzt geht's los, vier Posts die Woche. Und aber ging bei mir so, naja, komm, zwei reichen doch auch. Da fing die Verhandlung in meinem Kopf schon an und also ich kann es mir empfehlen, es ist heilsam, dort mitzumachen und es einfach auszuprobieren, weil in der Gruppe ist es eben immer sehr, sehr viel einfacher, weil wir uns natürlich auch gegenseitig unterstützt und Mut gemacht haben. Okay, super. Das ist sehr wertvoll. Nicole, war bei dir auch so irgendwo so ein blinder Fleck? Bei mir war das echt, also ich will dann aber noch schon was zur Sichtbarkeit sagen, weil das hat uns ja, du hast uns ja mal die Gruppe der Sichtbarkeit, glaube ich, genannt, im ironischen Sinne, weil wir da alle ganz schön angestupst werden. Bei mir war es wirklich der erste Zoom-Call, den werde ich nie vergessen, als du uns, also natürlich werde ich alle im Gedächtnis behalten, aber weil du jetzt gesagt hast, so ein Augenöffner und so, war der erste Zoom-Call, als du uns da eben die Rollen erklärt hast. Ja, fast ja, zwischen Berater, Trainer, Coach, Therapeut, Lehrer und noch vieles mehr. Bezieher, genau. Und das war, also das war so toll für mich zu sagen, aha, Moment mal, du warst ja gar nicht Coach, du warst ja ganz oft Beraterin, weil du hast dir sofort einen Impuls gebracht, das habe ich also vom Training gehabt. Und dadurch habe ich einfach gelernt, weniger Impulse zu geben, noch intensiver zuzuhören, Geduld zu haben und also das war so lehrreich und so heilsam, weil ich mir auch gar nicht mehr diesen Druck hatte. Also für mich war das ja Leichtigkeit pur, weil auf einmal habe ich gemerkt, ach so, ich muss gar nicht sofort mit so einem Impuls raushauen, sondern ich darf Fragen stellen. Und das war wirklich, das war ja wirklich die erste Einheit. Und dann auf jeden Fall, also für mich, sage ich jetzt mal so, das ist das Härteste, war eigentlich so diese Positionierung, weil auch da, da habe ich ja gedacht, naja, Kommunikation halt oder so, ne. Aber was deinen Wert oder euren Wert auch so ausmacht, Philipp, das haben wir ja auch festgestellt, das hast du ja jetzt schon anklingen lassen, ist, dass ihr uns so sanft, aber bestimmt in die Umsetzung bringt. Und zwar bei jedem Punkt, also natürlich haben wir diese Videos gehabt, dann hast du immer mal am Anfang hast du gefragt, na, wo seid ihr denn schon, ja, von diesen vielen Videos. Aber das hast du ja nicht aus der Kontrollding heraus gemacht, sondern weil du uns einfach weiterbringen wolltest. Du hast ja dann eine Q&A-Session dazu gemacht und hast gesagt, so, habt ihr denn Fragen zu Kapitel 1, 2, 3? Also immer wieder Q&A-Session für uns bereitgestellt, das musst du dir mal vorstellen, nicht einfach nur irgendwelche Videos laufen lassen, sondern immer persönlich anwesend, persönlich mit, wir konnten auch mit allen Fragen zu dir kommen und können es ja darüber hinaus noch, und das ist ja ein riesen Mehrwert von soll, jemand Erfahrenen dann immer wieder erzählt zu bekommen, wie es vielleicht gehen kann, was uns helfen kann. Und in der Sichtbarkeit und in der Positionierung hast du uns unglaublichen Mehrwert geboten. Also, das war fast schon schmerzhaft für mich, immer wieder einzusteigen. Nicht nur für dich, glaube ich. Das weißt du ja, aber im Nachgang muss ich ja sagen, oh Gott, wie dankbar, ja, weil ich finde ja viel klarer, also mein Blinderfleck war definitiv auch da. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen fast persönlichkeitsbedingt oftmals auch im Coaching-Beruf, weil Coaches sind natürlich so verkappte Helfer auch oftmals. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes. Es geht ja darum, eben zwar nicht der Helfer zu sein, aber trotzdem so einen Wunsch zu haben, einfach auch Menschen zu unterstützen. Das heißt, meistens sind Coaches von ihrer Persönlichkeitsstruktur, im Gegensatz zum Beispiel zu Vortragsrednern, der Vortragsredner ist ja eher ein bisschen ich-zentrierter, weil der steht auf der Bühne und alles guckt auf ihn. Der Coach dreht ja eigentlich seinen Fokus um und eigentlich ist ja der Klient so im Mittelpunkt seines Denkens und Fühlens. Und das zieht sich dann auch ins Marketing, dass wir oftmals so, ich kenne das von mir selber auch, dass man dann überlegt, aber kann ich hier noch was lernen, da kann ich besser helfen, da kann ich nochmal was lesen, da kann ich nochmal besser helfen. Und es geht immer nur praktisch um den anderen und man vergisst sich selber ein bisschen dabei und möchte sich dann manchmal vielleicht auch fast ein bisschen verstecken und diese Entscheidung, für welches Thema stehe ich, was sind wirklich auch meine Kunden und so weiter. Und zeige ich jetzt auch mein Gesicht und meinen Namen, gehe ich wirklich nach außen, gehe ich also all in. Das sind natürlich, das sind schon Dinge, die die meisten Coaches auch erstmal lernen müssen, weil die Leute, immer wenn du die Leute fragst, für wen ist denn eigentlich dein Angebot? Wer kann ja davon profitieren? Die meiste Antwort ist, jeder. Also eigentlich braucht es ja jeder. Eigentlich kann jeder profitieren und diese Antwort ist vielleicht in der Theorie richtig, aber führt dann dazu, dass die Leute eben wirtschaftlich nicht wirklich erfolgreich werden mit dem Ganzen. Apropos, lasst uns mal über euch persönlich jetzt auch ein bisschen sprechen. Also wir starten jetzt oder wir sind sozusagen eher am Ende unseres Coaching-Prozesses. Wir starten jetzt dann die dritten Praxistorge auch nochmal, wo wir live miteinander auch nochmal zusammenarbeiten werden. In dieser Coach-Ausbildung haben wir auch drei verlängerte Wochenenden, wo wir auch dann sehr intensiv miteinander üben und viele tolle Dinge machen. Ihr dürft schon gespannt sein auf die dritten Praxistage. Ihr wisst ja noch nicht, was so kommen wird. Aber dann sind wir ja eigentlich fertig. Zumindest mal mit der klassischen Ausbildung. Ihr werdet ja trotzdem von uns betreut. Ihr habt ja auch lebenslanges Zugangsrecht auf Videos, auf Inhalte. Die Community ist da und es bleibt ja im Kontakt immer dann bestehen. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie geht es dann weiter? Also für euch persönlich jetzt. Jeder kann mal so von sich auch ein bisschen erzählen. Was macht ihr jetzt damit? Wie steigt ihr jetzt wirklich für euch dann, wenn ihr sozusagen in die freie Wildbahn entlassen seid, wie steigt ihr dann final in dieses Coaching-Business ein? Was macht ihr da? Nicole, magst du anfangen? Ja, also ich habe schon jetzt währenddessen, also diese vier Wochen Sichtbarkeit hat der Philipp ja schon angesprochen, die wir als Challenge auch angenommen haben, wo es ja sowohl online als auch offline für dich okay war, sichtbar zu werden. Das heißt, ich habe einen neuen Flyer gemacht und den auch in die Verteilung oder zukünftig jetzt bringe ich den auch in die Verteilung. Ich habe ein Profil auf Xing und auf LinkedIn und ja, und ich bin schon auch auf Facebook und auf Instagram mit einem Account tätig. Ja, aber was wird dein Thema werden? Also wofür wirst du dann stehen? Also für was hast du dich denn entschieden? Also entschieden habe ich mich, dass ich Coaching für Frauen anbiete. Und zwar, ich will die Frauen in ihr Potenzial bringen und sie zu einem erfüllteren Leben mit mehr Freude und Leichtigkeit führen. Es gibt erst 2020 schon wieder eine Studie, dass sehr, sehr viele Frauen nicht zu ihrem möglichen Erfolg gelangen. Und zwar nicht, weil sie weniger intelligent sind oder sonst was, sondern weil sie viel mehr Selbstzweifel haben. Und das kann ich in meinem Umfeld auch immer wieder feststellen. Also ich bin ja selber Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern. Und da gibt es halt auch viele Frauen, die in dem Alter dann sagen, ja, Nicole, auf mich haben sie jetzt nicht gewartet. Also die waren jetzt, sagen wir mal, ein paar Jährchen länger als ich dann auch zu Hause. Ja, oder zweifeln dran, was sie überhaupt können. Ja, und sie wirklich, oder sie sind in einem Spagat, ja, zwischen Beruf und Kinder. Oder ich habe auch verschiedene jüngere Führungskräfte, die dann sagen, wie soll ich mich denn als junge Dame jetzt da durchsetzen? Ich habe einen viel älteren CIO oder wie auch immer. Und die Frauen sind oft nicht selbstbestimmt. Und die kümmern sich eben auch gern immer um die anderen, ja, und helfen da und verlieren sich dabei so ein bisschen. Und da wieder so in diese Kraft zu kommen. Also ich habe ja jetzt auch ein paar Veränderungen beruflich und privat hinter mir in meinem Leben. Also ich bin ja auch nicht mehr 20. Und ich habe einfach festgestellt, es braucht Mut, es braucht Klarheit, da diese Veränderungen auch zu machen. Und alles beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich habe halt ganz viel allein gemacht. Und gemeinsam ist es halt leichter. Und deswegen will ich die Frauen da einfach begleiten und unterstützen. Und ich habe mich da einfach fürs Coaching in der Natur entschieden. Also das hat der Philipp schon mal kurz vorher angesprochen, weil ich einfach finde, dass man ja Schritt für Schritt dann nicht nur den Körper in Bewegung bringt, sondern eben auch die Gedanken. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man eben dadurch auch schneller und intensiver an seine Themen herankommt. Und wenn man dann im Nachgang sich hinsetzt, das kann draußen auf einer Bank sein oder eben drinnen oder kann auch mal dazwischen Zoom sein und die Tools dann anwendet, die wir alle bei dir gelernt haben und die ja je nach Coaching dann unterschiedlich tief gehen, dann können wir da wirklich was bewegen. Und deswegen sage ich frau dich, weil es gibt unglaublich viel und es gibt ja so ein schönes Zitat, ja, das was vor uns liegt und das was hinter uns liegt, ja, ist nichts in dem, was in uns liegt. Und wenn wir das zum Leuchten bringen, dann glaube ich, können wir Wunder bewirken. Und ich will, ich habe eine Freundin, die mit mir ein Wochenende pro Jahr immer verbringt und die sagt immer danach, können Sie Bäume ausreißen, ja. Also ich weiß, never coach your family oder friends, aber das ist einfach auch so ein Beweis dafür, dass ich sie wirklich zu einem erfüllten Leben bringen kann. Und deshalb, ja, glaube ich einfach auch, dass die Kraft der Sprache, also wie spricht die Frau mit sich selbst, ja, wenn sie diese Zweifel hat. Also egal, Henry Ford hat schon gesagt, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst immer recht behalten. Und den Glauben, den Samen wieder in diesen Frauen zu, ja, einfach zu bewässern, sage ich mal, das ist mein Anliegen und da will ich loslegen und da will ich unterstützen. Mega, schade, dass ich keine Frau bin, weil ich würde, ehrlich gesagt, sofort zu dir laufen. Also es dürfen auch die Männer kommen, aber wie gesagt, die Studie hat bewiesen, dass die Männer wenig selbst treiben, ja. Ja, also Nicole Reidelbach, der Coach für starke Frauen und die, die es werden wollen und die, die es vielleicht schon auch sind und aber vielleicht noch mehr spüren wollen und da mal in ihre Kraft kommen wollen, großartig. Ja, das wird, das wird eine Bombe, weil das ist tatsächlich auch ein großes Thema dieser Zeit und du bist für mich da, aus meiner Sicht, wenn ich das mal sagen darf, von außen auch wirklich ein Role Model, weil es heißt ja immer so, walk your talk, ja. Also das heißt, du musst ein Stück weit auch das sein und verkörpern, was du da, sage ich mal, bei anderen bewirken willst. Und es gibt leider auch gerade im Coaching-Business viele Leute, die eher nicht nach walk your talk unterwegs sind, sondern eher so nach dem Motto, if you don't reach it, teach it. Also wenn du es selber irgendwie nicht kannst und erreichst, dann unterricht es einfach am besten und das bist du halt gar nicht. Also weil du bist, du hast das alles durchlebt und hatten ja auch im Rahmen von den Praxistagen ja auch mal das ein oder andere Mal auch Zeit für private Gespräche und persönliche Gespräche. Wenn man dann beim Abendessen zusammensitzt, kann ich mich noch erinnern, wenn du dann auch mal so deine Geschichte erzählt hast, was du da durchgemacht und erlebt hast. Also das ist wirklich wie die Faust aufs Auge, wie sagt man Deckel auf Topf, passt das zu dir. Also ich wünsche dir, dass da ganz, ganz viele Frauen den Weg zu dir auch finden und natürlich auch gerne Männer. Also von dem her übrigens für alle, die das jetzt hier sehen oder auch hören, schaut gerne später in die Shownotes unbedingt noch unten rein oder in die Videobeschreibung, weil da findet ihr nicht nur den Link natürlich dann auch, wenn ihr euch interessiert, für die Coach-Ausbildung oder einfach auch mal ein unverbindliches Bewerbungs- und Beratungsgespräch. Mit meinem Team und mir, sondern ihr findet natürlich auch den Link zu Nicole und natürlich auch den Link zum Philipp. Und Philipp, jetzt bist du nämlich dran. Wie geht es bei dir weiter? Was wirst du daraus machen? Wer darf von dir in der Welt jetzt dann als Coach profitieren? Also ich hatte ja erwähnt, dass ich mit Nicole im Vorfeld gesprochen habe und wir haben gemerkt, dass wir wirklich viele Parallelen haben. Weil genau diese Kerbe, in die Nicole schlägt, habe ich eben auch intuitiv vor fünf Jahren begonnen. Und das begann damals mit, kannst du mir helfen, meine Facebook-Seite einzurichten? Und seitdem begleite ich, also ich bin kein Facebook-Coach, aber ich habe es einfach dann intuitiv gemacht. Und daraus ergab sich dieses Coaching eben. Oder zuerst mal helfen oder teilen meine Erfahrungen, dann zu einem Coachen. Und ja, da haben sich großartige Sachen entwickelt und diese Personen haben sich großartig entwickelt. Und es war genau, wie Nicole sagte, immer Frauen, alles selbstständige Frauen, die dann an irgendwelchen Punkten Selbstzweifel hatten, die natürlich Kinder hatten und die Beruf und Kinder und ihre Passion, ob es eine Ärztin war, ob es eine Blumenhändlerin war. Also die Range ist weit, Unternehmerinnen, die eben etwas bewegen wollen, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich finde es eine Schande, wenn man solchen tollen Frauen, wenn ich solchen tollen Frauen nicht helfe, und das habe ich mir eben auch zur Aufgabe gemacht, wo ich auch Männern helfe, in ihrer Passion zu kommen. Also Führungskräfte, selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen, das sind so meine Zielgruppe, denen ich eben helfen möchte, in ihren Alltag mehr Leichtigkeit reinzubringen. Und zwar ohne am Tagesende völlig erschöpft auf dem Sofa zu enden. Und das tue ich mit mehreren Komponenten. Ich habe dazu eine eigene Boomerang-Methode entwickelt. Ich tue es mithilfe einer 5000 Jahre alten Tradition der traditionellen chinesischen Medizin mit meinem Produkt. Also es ergänzt sich alles. Und das war ja auch mein Ansinnen, das zu verknüpfen. Es war erst mal eine große Angst, dass ich das eine aufgeben musste. Aber das war eben auch ein Entwicklungsprozess, die sich hier in der Ausbildung ergeben hat, dass es eben bleiben durfte. Weil das, was ihr nicht vergessen dürft, ihr wachst ja auch selber in dieser Ausbildung persönlich. Und das habe ich auch in einer Ausbildung. Ich bin unter anderem auch noch Stressmentor. Aber ich zeige Menschen, wie sie besser mit Stress umgehen können. Das mache ich auch in Trainings in Firmen. Und um einfach dem gesunden Umgang mit Stress den Menschen beizubringen, weil es geht eben nicht darum, und das wird immer propagiert, den Stress loszuwerden, sondern eben die gesunde Mischung, sprich die Balance zu finden zwischen positiven und negativen Stress. Weil ohne Stress, um es mal platt zu sagen, sind wir tot. Wir brauchen die gewisse Anspannung, die gewisse Entspannung, um eben überleben zu können. Das ist einfach aus der Steinzeit in unseren Urinstinkten mit drin. Sonst funktioniert es einfach nicht. Weil sonst endest du auf dem Sofa oder landest im Burnout. Und ja, wie gesagt, es gibt diesen schönen Spruch mit dem Friedhof. Wo liegt das meiste Potenzial begraben, nämlich auf dem Friedhof? Und das finde ich traurig. Und deswegen möchte ich einfach Leuten, echten Machern, die was vorhaben, die aber vielleicht sich noch nicht trauen, loszulaufen, da mal hinzugucken. Weil durch diese Strecke, Wegstrecke, bin ich eben auch selber gegangen. Da war irgendwann, als alles sortiert war, wieso geht es nicht los, die große Angst. Und das war sichtbar werden. Was denken die anderen? Hauen sie mir mein Produkt um die Ohren? Und was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Denn diese ganzen Glaubenssätze, und das haben wir auch bei dir gelernt, gibt es einfacher zu lösen, es gibt schwieriger. Und dafür haben wir Tools an die Hand bekommen. Und ich wurde neulich gefragt, was ist das beste Tool, was wir bei dir gelernt haben? Und da sagte ich, ich glaube, es ist die Rezept, die eigene Rezeptur daraus zu bauen. Und ursprünglich sagtest du mal, ihr lernt coachen, wie ich es tue. Und wenn wir dich fragen, ja, was sind das jetzt für Tools? Sagst du, oh, das habe ich mir so zusammengebaut aus verschiedenen. Und so sehe ich das eben auch, dass du letztendlich, und das ist das Ziel ja auch, was du uns immer wieder sagst, deine eigene Methode findest. Weil, wie sagst du so schön, Coaching ist Kunst, ja. Und Kunst kommt von Können, sonst hieß es die Wulst, ne. Oder irgendwas. Was war das? Und das haben wir wunderbar gelernt. Und da hast du uns auch immer wieder ermuntert, eigenständig zu denken, eigenständig zu arbeiten. Und ihr habt uns immer wieder ins kalte Wasser geschmissen zum Üben. Auch wenn diese Übungen in den Breakout-Sessions teilweise, wo man dann erst mal sich ein paar Minuten sortieren musste, war, man erst mal gar nicht wusste, wie und wo. Und ganz wichtiges Thema, du entwickelst dich eben auch selbst. Ich habe es gerade schon gesagt. Und du nimmst aus dieser Ausbildung auch selbst mit. Und jedes Coaching, was du gibst, ist ja auch ein Stückchen weit Heilung für dich. Weil wenn du grinsend am Abend aus deinem Coaching rausgehst, dann hast du jemandem geholfen und kriegst, wir hatten es vorhin schon, eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und das heißt, ich sagte neulich dem Coachee, welches Etikett würdest du mir aufkleben? Dann sagte sie, wertvoll, weil. Und dann sagte ich, wow. Und das sind Feedbacks, das ist Treibstoff für die nächsten tausend Coachings, um Menschen fit zu machen, um einfach in Leichtigkeit zu leben. Weil gerade noch einen Satz. Wir hatten gestern in einem Call, den ich auch wöchentlich mache, den Sinn zu leben. Und dann sagte ein achtjähriges Mädchen, die mitlauschte von einer Teilnehmerin, ja Sinn zum Leben ist ja eigentlich die Freude. Und Kinder sind ja auch immer der Spiegel, wie einfach das Leben ist, nur wie Erwachsenen vergessen ist. Und da möchte ich die Menschen hinbegleiten, da wieder hinzuschauen. Wow, großartig. Also, Philipp Müller, der Mann für die starken Frauen und die starken Männer für Leichtigkeit und die Freude am Leben tatsächlich wieder zu spüren. Großartig, ihr zwei. Also, ich bin wirklich stolz auf euch, natürlich auch auf viele andere, die hier jetzt zwar nicht zu Wort kommen, aber die wir jetzt ja auch dann in die Welt entlassen, was da für tolle Menschen in die Welt kommen und wieder einen unglaublichen Multiplikationseffekt erzeugen. Das macht mich auch stolz und das macht mich auch sehr glücklich, weil ja somit auch meine Arbeit ein Stück weit stärker multipliziert wird, als ich das alleine könnte natürlich. Und das ist natürlich großartig. Ja, da will ich, darf ich da noch was dazu sagen, bitte, Stefan, weil du das gerade so sagst. Ja, das macht mich stolz. Das ist jetzt auch echt wirklich schön zu hören, weil ich kann mich so gut an die ersten Präsenztage erinnern und die waren ja aufgrund bestimmter Verordnungen, Bestimmungen erst viel später, als ich das geplant habe. Und wir haben uns bis dato nach neun Monaten Online-Sessions das erste Mal dann ja getroffen in Präsenz. Und was du da bestimmt ja auch so gespürt hast, war einfach unglaublich, weil man hat, also man hat einfach, man ist auf Freude getroffen, ja. Und das waren aber Fremde. Also ich habe die ja zum ersten Mal alle gesehen, aber das war einfach so ein tolles Gefühl und sich beruflich so weiterzuentwickeln und aber und persönlich und auf der anderen Seite diese Community zu schaffen. Ich glaube, das ist auch was, was du dir einfach, du und Susanne, ihr beide, ja, euch absolut auf die Fahne schreiben könnt, weil das habt ihr eben geschafft. Online, also ich wurde auch mal irgendwie gefragt, ob ich irgendwie skeptisch vor irgendwas war. Also ja, war ich, aber nicht, was dich betroffen hat, sondern mich, weil ich mir gedacht habe, wie jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen online sein, wie funktioniert denn das? Also das Wissen transportieren, das war mir klar, das klappt super. Aber wovon ich positiv so überrascht war, war einfach diese Verbindung zu schaffen und zwar vom ersten Fall an. Also ihr habt eben diese Lerngruppen geschaffen. Die haben uns ja in der Übung total weitergebracht, weil wir einfach noch, also die durften wir ja selber aufstellen. Wir durften uns in Gruppen zusammenstellen, wie wir wollten. Und wir durften da auch uns treffen, wie wir wollten. Und die einen haben sich halt wöchentlich gedreht und die anderen zwei wöchentlich oder wie sie es halt geschafft haben. Aber da haben wir geübt, da haben wir die Inhalte geübt. Und ihr habt uns immer wieder gefragt, wie das klappt und uns wieder einfach dann neu aufgestellt. Und das ist das, glaube ich, was der Mehrwert auch ist, dass sich die Leute da so persönlich entdeckt haben und kennengelernt haben. Und ich meine, in den ersten Präsenztagen habt ihr Speed-Coaching gemacht mit Fragen. Ja, das, was ich da erzählt habe, also ich weiß nicht, also meine besten Freunde, ja, aber alle meine Freunde wissen es nicht, was wir uns da erzählt haben. Und da sind ja Dinge in den Augen und in den Menschen passiert. Ich habe letztes Mal mal einige gefragt, was war dein schönstes Erlebnis? Und man hat gesagt, gerade diese Übung damals, als ich eben das erzählen durfte, also ich will jetzt da nicht alles verraten, aber das war Wahnsinn. Also das, wie wir da beseelt alle heimgefahren sind und wie ihr das geschafft habt. Also Fachwissen, geballtes Fachwissen ist ja sowieso ohne Wenn und Aber vorhanden. Aber diese Verbindung, ich meine, der Philipp hat es ja auch vorher schon gesagt, wir können ja uns darüber hinaus jetzt weiter verbunden bleiben. Wir können uns ja auch mal jemanden empfehlen. Wir kennen uns doch, wir vertrauen uns. Und das ist doch das, was es ausmacht. Und das, glaube ich, ist, ja, darauf kannst du ganz besonders stolz sein. Ja, also darauf können wir alle stolz sein. Danke da auch für die lieben Worte. Aber das haben wir natürlich alle miteinander gemacht. Und das hat ein Stück weit vielleicht damit zu tun, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns die Leute im Vorfeld schon auch genau anschauen. Weil sowas ist nicht möglich, weil ich zaubern kann oder Susanne, sondern es ist deswegen möglich, weil auch die richtigen Menschen im Raum sind. Und das gilt sicherzustellen in der Ausbildung. Jedenfalls legen wir da drauf Wert. Und für uns ist halt Coaching mehr als Technik, sondern für uns ist Coaching eine gewisse Art und Weise von Menschenbild und auch vom Umgang, wie man mit Menschen umgeht, wie man über Dinge spricht, wie man auf andere eingeht, wie man reinhört in Leute, wie man reinfühlt in Menschen und so weiter. Und eben auch, wie man mit Problemen umgeht. Das ist einfach Teil unseres Menschenbilds. Und ja, das ist der Rahmen, den wir bieten. Und in diesen Rahmen, den vermitteln wir. Und da bringen wir die richtigen Leute wie euch rein. Und dann entsteht sowas aus der Dynamik raus. Sowas kannst du nicht als Trainer oder als Leiter erzeugen allein. Das funktioniert nicht. Sondern das ist einfach unser Zusammenspiel. Und das ist das Schöne, das war kein Zufall jetzt bei euch, Gott sei Dank, in der Gruppe, sondern es ist tatsächlich jetzt in den anderen Gruppen ganz ähnlich. Auch alles hat so seine eigene Qualität. Aber dieses Grund, diese Vertrautheit und Zugewandtheit der Leute untereinander, die du da ansprichst, das ist dann tatsächlich so immer gegeben. Und das ist großartig. Also ich bin, wie gesagt, mega stolz. Vielleicht zum Abschluss unseres tollen Gesprächs, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten soll und kann, weil natürlich ist oftmals dann das Thema Geld auch eine Frage, die viele haben. Ich meine, wenn jemand nicht bereit ist, 18 Monate in sich zu investieren, ist ja sowieso zumindest bei uns falsch. Aber dieser Faktor Geld, vielleicht nochmal zum Schluss, in kurzen Worten hat sich das für euch, sage ich jetzt mal, auch gelohnt, auch in Bezug auf das Geld. Weil ihr seid jetzt gerade am Start. Und jetzt habt ihr es ja bezahlt. Also von dem her habt ihr jetzt ja rein theoretisch erstmal einen kostentechnischen Minus. Ist es das wert, das Ganze, wenn euch da jemand fragen würde, der jetzt auch mit dem Geld schauen muss zum Beispiel? Ja, ich würde es als kostentechnisch nicht so sehen, sondern wirklich als Investition. Wir lernen ja selber auch Preise kommunizieren in dieser Ausbildung, weil das war ja auch ein Ding von den Menschen, was mache ich mir, hänge ich mir für ein Preisschild um? Du willst deine Leistung ja auch nicht für 10 Euro die Stunde verkaufen, sondern möchtest davon leben können. Und das lernen wir eben auch bei dir. Und ich habe im Webinar mir eben, wie ich vorhin schon sagte, den Preisanker gesetzt. Und ich wäre bereit gewesen, mehr zu bezahlen. Und ich kann es jetzt in der Rückschau, wir sind jetzt 17 Monate rum, sagen, es hat sich voll gelohnt, weil diese Intensität, die du bietest, den Stoff, also für alle ist was dabei. Wenn du viel Wissen ranhamstern willst, wenn du Praxis haben willst, es ist einfach was dabei, diese ständige Frequenz. Man hat die Möglichkeit, mit dir exklusiv ein 1 zu 1 Abendessen zu machen, wenn man sich traut, sich gegenüber bei dir an den Tisch zu setzen. Das tun nämlich viele nicht. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und dann erlebt man Steffen Kirchler mal auch ganz persönlich. Und diese Momente sind einfach unbezahlbar, wenn man überlegt, wenn man dich, man kann dich ja gar nicht so eine Stunde buchen, als Normalsterblicher. Und deswegen allein diese Sachen, dieser nahe Kontakt und den Mehrwert, den du einfach bietest, ist unbezahlbar. Andere bieten es günstiger an, klar. Aber da hast du nicht den Mehrwert. Da hast du nur die Ausbildung per Zoom. Oder was auch immer. Bei dir kriegst du eben das volle Paket. Und das war für mich und ist für mich ein ganz, ganz großer Mehrwert. Vor allen Dingen auch die Verbindungen, die eben entstehen zu dir, zu Susanne, wunderbaren Head Coach und allen anderen. Also es ist wirklich ein Paket. Das hast du fürs Leben, wie du vorhin auch schon sagtest. Und da rede ich nicht von den Videoaufzeichnungen, sondern ich rede von den Menschen. Und wir haben dann auch, das möchte ich noch hinzugeben, du hast ja auch einen Mehrwert für dich, weil die Übungen machst du zum Schluss. Am Anfang haben wir mit den Rollen gespielt. Und dann haben wir jetzt gemerkt, dass es viel besser ist, echte eigene Themen zu nehmen. Nicht unbedingt die großen Lebensthemen, sondern so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel sichtbar zu werden und so weiter und sich dann zu coachen. Und dann merkst du, wie es eben auch was mit dir macht. Und das habe ich in vielen Seminaren vermisst. Und diese Selbstwirksamkeit dann auch selber zu spüren, das ist Gold wert. Und dann fühlst du dich auch safe, loszureiten unter der eigenen Fahne. Und da bin ich dir ganz, ganz dankbar für. Vielen Dank. Das lohnt sich. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition in mich selber. Und ich glaube, es gab überhaupt nie einen Zeitpunkt, bei dem ich das irgendwie dagegen gewogen habe. Und wenn schon, das muss ich ja mal hier sagen, dann hast du mal so nochmal eine Session dazwischen eingefügt. Ja, also wenn ich schon das aufwiegen will, ja, mit der Investition. Also wir hatten dann ein Thema, nämlich Vortrag, wo wir dich nochmal gebeten haben. Also das war jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Es gab dazwischen immer wieder Themen, wo du dann einfach einen Zusatztermin angeboten hast. Und dafür haben wir aber nichts zusätzlich bezahlt. Also das will ich hier an der Stelle mal sagen. Es ist nicht vorher erwähnt worden, dass das dabei ist. Und da hast du dich, glaube ich, fast drei Stunden mit uns abends hingesetzt und hast gewaltigen Content on top gegeben. Und ich denke mal, wir kriegen jetzt keine Rechnung von dem, was du da vor zwei Wochen gemacht hast. Also das muss man einfach mal sehen. Und also ich bin zum Beispiel schon jemand, der auch auf den Preis schaut so oder wo es jetzt auch eine Überlegung war. Aber auch da hieß es, ja, ruf an, wir kriegen das. Du kannst es auch in Raten zahlen oder wie auch immer. Also ihr seid ja da auch immer total offen. Ja, aber jetzt, dass ich jetzt irgendeine, also dieser Mehrwert, weil du bringst uns ja in die Umsetzung, ihr bringt uns in die Umsetzung. Und das will ich jetzt den Zuhörern und den Zuschauern auch dir nochmal sagen. Also das, glaube ich, ist halt vom ersten Moment an, wenn ich, es hängt von mir ab, wann ich es mir traue, aber ich kann vom ersten Moment an losgehen, weil du sagst immer, alles liegt schon in dir. Ob du jetzt noch auf das zehnte Tool wartest oder nicht, fang an, machst du es. Das heißt, ich kriege ja auch sofort dann, wenn ich das alles mache mit der Sichtbarkeit und der Positionierung, dann kann ich ja sofort zu Kunden kommen. Und dann ist es mega toll, auch zu sehen, wie man ja dann nicht einmal coacht, sondern das ist ja dann eben ein Prozess, den man verkauft. Man verkauft dann Pakete. Also ich stelle mich ja jetzt ganz anders auf. Ich sage ja nicht mehr, ja, in zwei Stunden sind wir fertig, sondern du, wo willst du hin und welches Ziel hast du? Also ich gehe ja ganz anders in ein Auftragsklärensgespräch hinein und damit habe ich auch einen ganz anderen Prozess und damit verdiene ich ja auch viel mehr. Und das hast du uns halt schon ziemlich am Anfang gelernt, wie wir da vorgehen sollen. Und wer sofort übrigens mehr will, also das Video, das wir vorher angesprochen haben, die Videoserie, heißt Mehr Umsatz Masterclass. Ich glaube, das sagt alles aus. und da kann ich eben sofort dann auch loslegen und mehr Umsatz generieren. Und das habe ich definitiv, weil ich eben auch auf die private Schiene gegangen bin und nicht nur auf die Berufung. Wow. Also ich glaube, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Also danke euch für die Zeit. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viel mehr zu sagen. Und wenn jetzt dort doch jemand sagt, ich habe noch ein paar offene Fragen, dann wie gesagt, nutzt den Link unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung und vereinbart einfach einen Gesprächstermin. mit uns und dann könnt ihr alle Fragen nochmal loswerden und dann können wir auch für euch schauen, dass wir einen guten Weg finden, wenn wir gut zusammenpassen, wenn wir beide sagen, also mein Team und ich und natürlich auch du, das passt für uns, wir wollen den Weg zusammengehen, dann finden wir immer auch einen Weg, wie wir das Ganze realisieren können. Ja. Ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Wir werden stark in Kontakt bleiben. Ich glaube, es wird sich auch viele gemeinsame Projekte und Dinge noch ergeben, die wir gemeinsam machen werden. Ich kann nur sagen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen vielleicht auch jetzt aus dem Podcast den Weg zu euch finden und Nutznießer sozusagen werden von dem, was ich euch ein bisschen weitergeben durfte, das, was ihr daraus gemacht habt und das wäre für mich das größte Geschenk, wenn aus dem Podcast viele Leute sich vielleicht ja auch mit euch in Verbindung setzen. Link zu euch ist in der, in der Videobeschreibung. Ich glaube, Philipp, bei dir ist es ja, haben wir eine Webseite oder wo wirst du am besten gefunden? Einmal unter der Webseite hokey.de, da gibt es den .coaching oder philippmüller.coach. Sehr gut, okay. Und Nicole, wie erreichen wir dich am besten? Ja, ich habe auch eine Homepage www.reidelbach-seminare.de und ansonsten eben auch den verschiedenen Formaten, die wir ja auch gerne reinstellen können. Okay, also wo man Nicole Reidelbach und Philipp Müller, wo man es eingibt, ist auch Philipp und Nicole drin, sozusagen. Ja, also meldet euch an im Premium-Format mit wirklich Premium-Ausbildern und natürlich meldet euch auch bei uns, wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Genau. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wir quatschen gleich jetzt dann offline noch ein bisschen weiter, aber an der Stelle sind wir erst mal durch für heute. Vielen Dank für die Zeit und alles Liebe bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. 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 Ciao.